Herzlich willkommen bei der MWG Wohnungsgenossenschaft. Ich bin Maxi, Ihre Ansprechpartnerin rund um das Thema Wohnen. Heute zeige ich Ihnen eine Zwei-Raum-Musterwohnung in Magdeburg. Unsere Beispielwohnung befindet sich im Objekt im Brunnenhof 1 bis 3. Diese Wohnung ist mit einem Südbalkon ausgestattet. Die Wohnungsgröße beträgt ca. 49 Quadratmeter. Hier sehen Sie einen von aktuell sechs Wohnenbelägen. Des Weiteren variieren unsere Wohnungen in der Ausstattung des Badezimmers zwischen Dusche und Badewanne. Darüber hinaus haben wir verschiedene Fliesendekore für die Bäder und die Fliesenspiegel in der Küche. Übrigens gehört zu jeder Wohnung ein eigener Keller und die vielfältigen Serviceangebote der MWG. Sie haben Maxi mal das Interesse? Melden Sie sich gern bei uns. Alle Kontaktdaten finden Sie in dieser Wohnungsanzeige.